Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1. Hier auf Pandora wird es langsam heiß und damit meine ich natürlich meinen Kollegen, den Tau. Hallo! Tada! So, wir befinden uns quasi schon fast auf der Zielgeraden, ne? Wie ich so das und ich und Tau das so bemerkt haben. Ja, wie gesagt, es wird extrem hart in letzter Zeit. Wir haben ja am Ende der letzten Folge gesehen, dass sie hier noch ein bisschen gekämpft haben und anscheinend uns auch jetzt bemerkt haben, diese Erzwächter hier. Und die haben ja gegen die... Wow! Alter, die sind stark! Wow! Kofus! What? Wow, wow, wow! Okay, wir brauchen... Hast du Elektrowatten oder was, um die Schilder zu stören? Ja, allerdings nur meine... Ach, bist wieder da, super. Äh, allerdings nur meine Sniper. Hab ich irgendwas? Ja, ich hab auch nur nur Sniper. Egal, damit zerstör ich halt das Schild, das passt schon. Weil so geht das nicht, die haben so krasses Schild. Dahinten kommen gerade noch ein paar Infanterie-Tüken. Und ich hab gerade tatsächlich ein neues Schild gefunden. Ja, nice. Ich kann es ehrlich mal zugeben. Mit, äh, 500. Und, äh... Moment, kann ich ja nochmal eben gucken. Äh, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ja, gut. 581 und Ladegeschwindigkeit 73. Allerdings sehr langsame Gesundheitsregeneration, aber das ist mir gerade zu egal. So. Na gut, solange die Aliens nicht kommen, lasse ich auch mal eine Sniper drin. Achso, ja. Elektro ist bei dir auch nur die Sniper, oder? Ja. Äh, ist so schlecht. Äh, was ist denn mit der Bazooka? Die... Warte. Ich glaube, ich hab sie aus Versehen verkauft. Achso, ja. Ich hab sie verkauft. Ne, hier ist sie. Ich hab sie in der Hand. Ah, okay. Hä? So, wir haben jetzt mehrere Wege. Ich glaube, wir müssen hier unten erstmal lang. Bevor wir da oben lang gehen. Au, ja. Sehr gut. Ah, leider nix. Nichts. Schade. Aber hier ist vielleicht Geld drin. Richtiger Riecher gehabt. So. Autos können wir uns hier besorgen. Huch. So, ich steig mal mit zu dir. Wir fahren ans Ende dieser Straße. Jetzt waren noch tausend andere Wege. Ganz seltsam. Es gibt überall noch Wege, die wir wohl noch nicht gegangen sind. Natürlich krass. Saunt Flats. War das nicht... Kommen wir jetzt zurück? Das kommt mir so bekannt vor. Saunt Flats. Ach, da. Ja. Tatsächlich. Da, wo wir den Obermacker besiegt haben. Genau. Wir haben ja jetzt immer noch die Mission, die Zünder zu platzieren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was wir kaputt machen. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp Jetzt ist es richtig. Ja, jetzt müssen wir auch wieder zurück. Großartig. Yay. Ich weiß zwar nicht, warum das war, aber wahrscheinlich war gar keine Quest mehr. Ja, wenn man keine Quest hat, dann wechselt er durch. Ja. Tja, da muss er... Ja, klar. Sünder. Sünder platzieren. Ja, alles ist reingelegt. Ja, mein Gott. Passiert. Transmitterkonsole deaktivieren. Das müssen wir machen. Müssen wir jetzt nochmal wieder rein? Kann das sein? Jetzt haben wir wenigstens ein Auto. Ach so, ne. Soviel zum Thema Auto. Warte, ich komme auf die Karte. Ich denke mal, wir müssen in den anderen Eingang da jetzt rein, wo wir gerade hier runtergesprungen sind. Sieht jedenfalls da noch aus. Naja. Wenn wir hier oben jetzt rein müssen. Aha, da sind Leute. Knallharter Verteidiger. Ne, meine Granaten. Da ist noch ein Schubsturm. Da ist noch ein Schubsturm. Weißt du, die sind so krass stark. Ja, weil da auch noch ein Schubsturm ist, mein Lieber. Weißt du? Da sind wir gleich einiges. Ah, den kriege ich, den kriege ich. Oh, ein Lippler. Jetzt gehen meine Schüsse richtig ab. Alter. Okay, warum jetzt auf einmal? Ich habe jetzt 20% Wahrscheinlichkeit und plus 4 Feuerschaden. Oh. Moment, ich will mich noch mal kurz umkuchen. Nicht, dass hier hinter der Ecke eine Blutkiste noch auf uns wartet. Warnung. Okay, okay, ich hau ja schon ab. Ach, da oben. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. So, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Ich gehe mal rein. Ach, Mensch. Ich kann ja auch noch. So. Auch noch skillen. Ich komme nicht rauf. Blick mich doch. Nee, es ist... Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus hier. Viele verschlossene Türen. Oh, ich habe die Konsole gefunden. Tatsächlich. Aus Versehen. Soll ich die mal benutzen? Ja, mach mal. Das war die erste, ne? Ja. Zwei kommen noch. Weiß jetzt nicht, ob die hier auch drin sind. Ich glaube nicht. Unsere Quest sagt nämlich was anderes. Aber ich habe eine Lootkiste gefunden. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Oben auf dem Dach. Müssen wir als nächstes da ganz weit unten. Na, ich sehe es. Ganz unten müssen wir hin und ganz nach links. Nichts mit Elementarschaden dabei. Sonst war hier drin nichts. Hast du noch mal ein bisschen geguckt, oder? Sonst war da nichts. Ich habe versucht, auf Berge zu steigen und alles, aber... Achso, nee. Ich dachte, hier drin. Vielleicht. Da drin habe ich sonst nicht geguckt. Ich habe dich da einfach mal... Achso, nee. Hier gibt es auch nicht wirklich einen Weg oder so. Na gut. War nur die eine Tür. Muss ich da jetzt ernsthaft zu Fuß hinlaufen? Wie scheiße ist das denn? Dass wir da nicht mit dem Auto hin dürfen. Manchmal ist es leider so. Bisschen Bewegung schadet doch auch nicht. Ich habe mein Facewalk, du. Ich bin schnell da. Ich weiß. Dann laufe ich schon mal zum Dritten. Schön wär's. Sondern schön wär's, wenn ich wüsste, wo er ist. Bringt das nicht auch was, wenn wir hier lang gehen? Das ist jetzt nicht viel kürzer oder länger. Ich mache es jetzt einfach mal und renne mal hier lang. Autsch. Jetzt stoppt du im Scheißgeschütz. Na geht doch. Lass. Lass. Irgendwer schießt mit Raketen auf mich. Ist so günstig. Lass du jetzt zum anderen oder was? Oh, stirb. Satsache, da willst du zum anderen. Ich bin den anderen weggegangen. Komm, stirb. So, sehr schön. So, da oben haben wir noch einen Infanteristen. Den ich treffe. Ich gehe das jetzt bei mir ein bisschen taktisch an. Bin hier im Kriegsgebiet. Ich muss auch taktisch denken. Wir wissen nicht, dass ich da bin. Ne, dies. Hat gewirkt. Oh. Ich habe mir gleich hier noch eine Kanate rausgerossen. Achso, auch schön. Habe ich hier nicht. Habe ich hier zufällig irgendwo Läden gehabt? Weißt du das noch? Weißt du nicht. Weil ich bin voll. Da hinten liegen aber noch ein paar Sachen. Du hast es geschafft, voll zu werden? Das ist ja krass. Ja, jedenfalls kann ich nichts mehr aufheben. Weißt du nicht, ob es daran liegt, dass ich voll bin? Ich glaube schon. Ja, voll. Hier kürst du. Achso. Ist nicht. Ach, du warst aber schnell oben gerade. Wo geht's so, ne? Taktisch. So. Wie gesagt, ich wollte gerne eigentlich noch mal so ein paar Sachen mitnehmen. Ja gut, wenn du dir die ganzen Lootkisten schnappst, ist ja kein Wohl, dass du voll bist, ne? Klar. Aber hier ist keine Lootkiste. Ich werde hier verarscht. Und du siehst draußen, als ich hier die Gegner besiegt habe. Das kann ich dir nicht sagen. Ich geh jetzt auf jeden Fall den anderen Weichern nochmal lang. Ja, ich hab's. Eine. So. Eine SMG, die scheiße ist. Und ein Sirenenklassen-Mod. Auch scheiße. Ich hab gehofft, dass es gute Sachen gibt. Nicht viel besser, das was ich hier gefunden habe. Äh, schade. Naja, was soll's. Huch. Ach, da oben müssen wir jetzt hin. Genau. Okay. Das kriegen wir hin. Ich kann mich übereilen, deswegen dachte ich, lass den Tauber vorlaufen, der ist langsam. Oder rechts. Was hat der hier hinten fallen lassen? Oh. Gar nichts. Was sind? Ähm. Es kommt direkt auf uns zu. Oder ist... Du lassst hier doch erstmal ein bisschen kämpfen hier. Nee, aber hinter uns, guck mal. Der ist anders vorbei. Da fliegt er. Achtung. Och, wir werden angegriffen. Werden wir? Nee, ich wurde angegriffen, nicht wir. Okay. Lass uns mal ein bisschen ballern hier. Ich will nicht die Infanterie abschießen. Jetzt treffen sie uns an. Ich muss die Älchens töten. Nicht die Infanterie. Sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Ist nicht so gut. Das stimmt. Ja, siehst du mal. Bam, ist das Schild weg mit der Sniper. Du musst nur wissen, wie man sie angreift. Ja, dann sag's mir doch mal bitte. Ja, Schild wegbauen, ne? Achso, ja. Gut. Ich dachte jetzt, dass sie auch einen kritischen Punkt haben oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich die Flügel. Das ist meine Strategie. Hinter die laufen, sterben und sie dann töten. Ganz einfach. Oha, oha, oha. 603 Schild hab ich. Wow, nicht schlecht. Aber sehr langsam Aufladerate, ne? Ich hab leider nur 581. Wieso, was hast du denn für eine Aufladerate? Sehr langsam. Achso. So, das war's mit dem Geschütz. Aue. Aue. Die wollte ich doch gar nicht. Die wollte ich doch. Bomb. Alter, ich treff nur sein Schild die ganze Zeit. Ich versuch's, den Kopf zu treffen. Geben die ihren Demi den Schild, ne? Jetzt. Ich hab ein Medikit entdeckt. Bin voll. Brauch nen Laden. Kriegen wir, glaub ich, demnächst. Ich hoffe's. So. Alle drei Transmitterkonsole reaktiviert. Super, damit hab ich nicht gerechnet. Oh, der hat ja Loot verloren. Hey, das ist doch was für dich. Der hat auf jeden Fall Feuerschaden. Und, oh. Ein Raketenwerfer. Ja, Moment, Moment. Achso, der Raketenwerfer ist Müll. Was meinst du mit Feuerschaden? Loot? Die war hier. Was? Ach, da unten. Äh. Nee, 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 nee. Was liegt hier? Die ist um einiges schlechter. Was hast du hier hingeworfen? Das hab ich da hingeworfen, weil das alles Müll ist im Prinzip. Äh, ich glaube, die bringen auch nicht so viel, ne? Nee. Ja, ich hab, äh, mein komplettes Inventar ist jetzt voll mit blauen und grünen Sachen. Ah, nice. Und, ich würd gerne alles verkaufen. Das Problem ist, äh, ja, kein Laden. Ich kann auch nichts mehr tragen, ich bin voll. Aber wir gehen jetzt zurück, ne? Hm, ja, ich glaube schon. Ja, soll mal abliefern. Genau, und das noch Läden. Das ist schön. Dass wir zu Fuß laufen müssen, find ich echt ein bisschen asozial. Das ist ein bisschen doof, ja, aber, mein Gott, das ist so. Du bist doch schnell. Ich hab Blut entdeckt. Hab angehalten. Oh Gott. Was war das? Ich war das, ja. Ja, schon meine Schüsse haben das so verzögert. Ob wir irgendwo runterspringen können, damit es schneller geht? Glaube nicht. Oder? Naja, vielleicht. Oh, das sieht gut aus. Noch nicht. Und da stehen aber noch ein paar Leute, ne? Ach gut, doch, es geht. Nein! Okay, wir haben 5. Ja, es hat funktioniert. Gibt's doch nicht. Triff ihn nicht. Geh mal rein da. Geh mal rein da. Zack. Leider voll. Leider geil. So, das waren ja Läden, ne? Komm. Dass du das nachher mitnehmen kannst. Ja, so ein, zwei Dinger konnte ich noch mitnehmen, weil ich die Granaten-Mods weggeschmissen habe. Also, ja, die hab ich eingesammelt. Ja. Ja, ich hab Kohle ohne Ende. Kann mir nichts davon kaufen, wenn es eine Scheiße gibt. Ich glaube nicht, dass du Kohle ohne Ende hast. Ich glaube, der, der Kohle ohne Ende hat, bin ich tatsächlich. Wie viel hast du denn? Äh, warte, ich verkauf gerade noch. Oh, ich hab noch ganz viele weiße Schilde nur gehabt. Naja, ist ja egal. Die hätte ich vielleicht mal wegschmeißen sollen. Ähm, wir runden mal auf, äh, auf ein... Naja, ich runde mal ab auf 1,4 Millionen. Ja, ich hab 1,3. Achso. Na, dann geht's ja eigentlich. So weit weg ist es also nicht. Jo. Na gut, ich muss ja auch zweimal, äh, 80.000 bezahlen. Weiß ja auch nicht, dass ich zweimal gestorben bin. Ist ja nicht wirklich viel. Naja, immerhin. Zweimal 80.000 sind schon 160.000. Aber ein Scheiß zu eine Million. Ja, ist ja gut. Ist auf jeden Fall schön, wieder ein leeres Inventar zu haben. Äh, ist das eigentlich richtig, dass wir 33 Slots haben? Jo. Wieso? Gut. Na, ich frage nur. Slots hab ich. Ja, 33. Wir haben doch wieder, äh, in den letzten Folgen einen, einen, äh, Claptrap gefunden. Ja. Äh, ich hab nur gedacht, dass ich vielleicht eins mal ausgelassen habe, aus Versägen oder so. Deswegen wollte ich einfach mal fragen. Ich glaub, verkaufen wir zum Ding auch nicht. Aua. Aua. Ja, ich bin leider gleich fort. Achso. Kriegst du den nicht hin, oder was? Nee, die haben so zu dritt auf mich geschossen. Das fand ich dann auch gerade nicht so nett. Danke dir. Irgendwie. Oh. Jetzt wurde ich erwischt. Genau. Das war ja zweimal hart auf einmal. Ja. Das war mein Problem. Okay, ich hab auch ein bisschen was liegen lassen. Dann geh ich zurück. Irgendwo schießt ja auch noch einer. Ich hab ein Medi-Kick gesichtet. Hui. Ne, gelbe Pistole. Oder, lila, äh, orange, ne, meine ich. Cool. Okay. Willst du mal gucken? Da ist der Hannes. Äh, ja. So, so schießt sie, warte. Das ist schon der SMG. Krass. So. Ähm. Da fällt mir gerade ein. Meine Pistole ist elektro. Ah. Aber die macht halt nur zwei Schutze. Wenn du sie willst, kannst du sie nehmen. Tony sagt, hi. Äh, ja, macht. Ja, macht viel weniger Schaden als meine. Hat aber viel mehr Schuss. Aber ich behalte, glaube ich, die hier lieber, falls wir noch mal ein paar Aliens kriegen, dass ich dann die Elektro habe. Okay. Also nimm du so ruhig. Dann will ich sie mal ausprobieren. Schön, ich bin nicht schaden. Ja, darf ich? Oh ja, was, was darfst du? Drücken. Ja, drück doch. Okay. Tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe, aber für Schuldzuweisungen ist jetzt keine Zeit. Steel hat den Schlüssel und ist schon unterwegs zur Kammer. Hey, mach die Schlampe fertig. Tu's für mich. Für den Steel. Boah, wie viel Magazinart, ey. Darf ich sie mal an dir testen? Äh, nein. Oh, Mann, oh. Jetzt hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich sehe dich wieder. Diesmal hast du mich überrascht. Jetzt muss es schnell gehen. Du musst sofort zur Kammer. Los! Okay, sie spricht noch, aber ich höre nichts mehr. Gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall sofort zur Kammer und das machen wir aber sofort morgen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Morgen dann Finish Line, falls es nicht so lange dauert. Ansonsten werden wir uns auf zwei Folgen splitten. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir mal in eines der DLCs gehen. Ja, genau. Das ist ja auch noch. Ja, ich freue mich. Ja, yay. So, dann bis morgen. Bis morgen, tschüss.